Bei unseren Flaunt Extensions gibt es besonders für dich, für zu Hause einige Dinge zu beachten im Bereich Reinigen, Pflegen und Styling. Bei der Reinigung ist es wichtig, die Haare vorab mit unserer Paul Mitchell Flaunt Bürste durchzukämmen. Ein sofort freies Shampoo ist zu empfehlen und wichtig bei der Reinigung ist es, nicht zu stark zu reiben und vor allem in umgekehrte Richtung zu reiben. Bei der Pflege in die Länge und Spitzen einarbeiten, dies bei Bedarf auch durchkämmen und ganz wichtig ist mit dem Handtuch nur abfrottieren. Beim Styling ist vorab zu beachten, dass du mit deiner Paul Mitchell Flaunt Bürste deine Haarverlängerung oder Haarverdichtung durchkämmst. Wenn du mit thermischen Geräten arbeitest, wie Föhn oder Glätteisen, ist es hier wichtig, mit Hitzeschutz zu arbeiten. Beim Föhnen ist es auch wichtig zu beachten, dass du deine Verbindungsstellen auslässt, sie nicht zu heiß fönst und immer in Richtung Spitze deine Haare trocknest. Hier sind ein paar Tipps für dich, für alle Sportliebhaber und Schwimmer da draußen. Wenn du gerne viel Sport machst, ist es wichtig, direkt nach dem Sport deine Haare zu waschen. Und vor allem beim Schwimmen gehen empfehlen wir, eine kleine Menge Conditioner in die Länge und Spitzen zu geben. Das schützt vom Eindringen vom Chlor und Salzwasser. Wenn du auch gerne in Urlaub gehst, am Strand liegst, ist es hier zu empfehlen, dass du mit Sonnenschutzcreme aufpasst, gerne die Haare vielleicht zu einem Dutz hochstecken, damit deine Haare eine lange Lebensdauer haben.